Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke EZ Clips zu einem neuen Video. Heute Mittag wurde ja die Vertragsverlängerung von Michael Langer bekannt gegeben, was ja durchaus sicherlich für viele nochmal überraschend gekommen ist, aber damit bleibt unser erfahrener Keeper nochmal ein weiteres Jahr an Bord. Und rund um diese Verlängerung haben sich dann viele Fans auch gefragt, auch ich gehörte dazu, was passiert denn jetzt auf Schalkes toller Position und was ändert vielleicht noch diese Vertragsverlängerung von Michael Langer an den grundsätzlichen Planungen? Denn eigentlich wollte ja Schalke noch einen weiteren Torwart verpflichten, trotzdem Deal mit Ron Tomoffer, deswegen schauen wir heute mal darauf, ob denn trotz Michael Langer jetzt noch ein weiterer neuer Torwart zu Schalke wechseln sollte. Blicken wir dafür erstmal jetzt auf diese neue Ausgangssituation, die natürlich sehr interessant zu beobachten ist, denn wie immer eigentlich in den vergangenen Jahren hat sich bei uns im Tor schon ein bisschen was getan und trotzdem gibt es noch ein paar Fragezeichen. Marius Müller hat ja unseren Klub verlassen und ist zum VfL Wolfsburg gewechselt. Im Gegensatz dazu haben wir uns eben Torben Hoffmann von Braunschweig ablosefrei geschnappt und er soll eben jetzt auch Schalkes Nummer 1 sein. So viel, so klar und trotzdem gibt es noch einige Fragezeichen dahinter, denn noch nicht ist wirklich klar, wer denn nun die neue Nummer 2 und die neue Nummer 3 wird. Denn einer soll es auf jeden Fall nicht mehr sein, das ist eben Ralf Fährmann. Bei Fährmann strebt man ja eine Lösung an im Sommer, um sich endgültig trennen zu können. Schalke hat das transparent auch kommuniziert, man plant nicht mehr mit Ralf Fährmann, will dort Lösungen finden und ich denke mal, da wird es dann, wenn er auf eine Vertragsauflösung hinauslaufen. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass Schalke nicht mehr mit Fährmann planen wird und somit ebnet das natürlich auch den Weg, sich auch nochmal neu aufzustellen und natürlich wird auch ein gewisses Budget im Gehaltsbudget logischerweise frei. Dann haben wir natürlich noch eben die aktuelle Lage mit Michael Langer, der ja heute dann eben auch nochmal seinen Vertrag verlängert hat. Für mich kam die Meldung heute auf jeden Fall durchaus überraschend, dass es eben Schalke bekannt gegeben hat. Gleichzeitig freue ich mich aber auch, dass wir einen solchen Spieler bei uns halten. Denn immer dann, wenn Langer auf den Platz liefern musste, hat er geliefert. Umso wichtiger ist er aber auch einfach neben dem Platz als Anker für die Mannschaft, schon als erfahrener Spieler, der jetzt in sein achtes Jahr bei uns geht. Und allein das spricht einfach schon für ihn und für das, was er einfach Schalke geben kann. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass das auch genau richtig so ist, mit Michi Langer einen erfahrenen Torwart im Team zu haben. Wir haben natürlich auch dann mit Michi Langer einen, der auch junge Keeper heranführen soll. Und da kann natürlich jetzt Luka Potlech unglaublich interessant werden. Denn unser Youngster im Tor, dem er auf Schalke viel zugetraut wird, soll ja in den Profibereich hochgezogen werden. Das hat der Mark Wilmots auch schon bestätigt. Aber er soll eben auch parallel Spielpraxen in der U23 sammeln. Und deswegen stelle ich mir dann so ein bisschen die Frage, wenn du aktuell dann Hoffmann, Potlech und Langer für die Torhüterposition einplanst, wie ist denn dann dort die genaue Hierarchie? Denn ich glaube nicht, dass Michi Langer jetzt irgendwie verlängert hat, mit der Aussicht mehr zu spielen als zuvor. Seine Rolle wird sicherlich ähnlich sein wie zuletzt. Luka Potlech wiederum ist natürlich noch sehr, sehr jung, der bislang auch noch nicht bei der U23 gespielt hat, sondern eben nur in der U19. Und Torben Hoffmann wird sicherlich das Vertrauen bekommen als Nummer 1. Er braucht natürlich auch jemanden, der ihn pushen kann, der vielleicht sogar Druck macht und einfach ein sehr guter Rückhalt ist. Das heißt, braucht Schalke eben dann nochmal eine neue Nummer 2? Und welche Kandidaten gibt es da vielleicht auch, sowohl intern als auch extern? Schauen wir dafür erstmal auf die internen Lösungen oder auf die interne Lösung. Und da gibt es auf jeden Fall dann zwei bis drei Varianten. Eine ist natürlich erstmal Justin Hegeren, die jetzt hier gar nicht so richtig aufgeführt ist, weil sie so eine Mischung aus intern und extern ist. Denn es war ja eigentlich so, dass Hegeren der Herausforderer für Hoffmann werden sollte, zumindest waren das die Medienberichte vor ein paar Wochen noch. Da habe ich mir aber auch schon gedacht, so richtig passend finde ich das persönlich auf jeden Fall nicht. Denn Hegeren macht es zwar aktuell wirklich sehr, sehr gut bei Patro, Eisten, Mars, Mechelen in der zweiten belgischen Liga, aber er braucht eben auch weiterhin Spielpraxis. Und mein Problem ist einfach immer, wenn du einen jungen Keeper als Nummer 2 hast, dass du eben dann das Problem hast, dass er einfach nicht wirklich viel spielt. Und deswegen würde es, finde ich, Hegeren nicht so viel bringen, hinter Hoffmann einfach nur die Nummer 2 zu sein. Der Junge muss spielen, der Junge braucht regelmäßige Spielpraxis auf einem hohen Niveau und diese bekommt er dann mindestens auch in der zweiten belgischen Liga. Marc Wilmers hat ja auch bestätigt, dass es Interesse von seinem aktuellen Verein gibt, ihn erneut ausleihen zu wollen und man eben auch dort bereit ist, Lösungen zu finden. Also bei Hegeren kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass er nicht unsere neue Nummer 2 wird. Wie gesagt, finde ich auch nicht den richtigen Weg. Und deswegen kann es eben gut sein, dass Hegeren hier, während mein Wunsch-Szenario, nochmal verliehen wird. Dafür müsste er aber auch eben dann seinen Vertrag verlängern. Somit bleiben natürlich dann, was die internen Lösungen anbelangt, noch zwei übrig. Und da wäre dann eben zum einen Michael Langer und zum anderen Luca Portlich. Mit Michi Langer würde man natürlich auch auf einmal dann jemanden zu Nummer 2 zu ernennen, der im vergangenen Jahr ja nominell unsere Nummer 4 war. Wäre natürlich schon irgendwo komisch, aber natürlich auch eine günstige Lösung. Michi Langer jetzt zur klaren Nummer 2 zu benennen, denn er wäre natürlich auf der anderen Seite auch ein klarer Rückhalt für Hoffmann. Also ein Keeper, der ihm komplett den Rücken frei hält, der jetzt nicht dafür da ist, zu sticheln oder sich den Stammplatz zu erobern, sondern einfach nur da zu sein, wenn er gebraucht wird. Und da kann er natürlich Langer schon hinpassen, aber da wäre eben dann die Frage, ist das die ausreichende Qualität, die man sich auf dieser Position so vorstellt. Denn auf der anderen Seite kann man natürlich auch Luca Portlich zur jungen Nummer 2 benennen. Und da hätten wir eben dann das Problem, ähnlich wie bei Hilkerin, der wenigen Spielpraxis. Gut, man könnte natürlich sagen, wenn jetzt die U23 Freitag spielt und Schalkes erste Mannschaft sonntags, dann könnte er ja auch theoretisch bei der U23 spielen und dann sonntags bei Schalke 1 sozusagen auf der Bank sitzen. Optimal, finde ich, ist das aber eher nicht. Also für mich ist Luca Portlich ein super Talent auf der Position, der unglaublich interessant ist für die nächsten Jahre. Ich habe jetzt selber noch nicht wirklich viel von ihm gesehen, aber was man so von ihm hört, ist natürlich schon sehr, sehr vielversprechend. Aber das muss eben auch gefördert werden. Andere Vereine machen es zwar vor, zum Beispiel der KSC, dass man dann eben auch sein Top-Talent auf der Torwartposition zur Nummer 2 benennt und auf die Bank mitnimmt. Aber ich frage mich dann, ob das dann wirklich das ist, was etwas bringt. Ich finde es richtig, dass Luca Portlich in den Profibereich hochgezogen wird und das ist ja auch der klare Plan von Schalke und er ist für mich auch nur wirklich passende Nummer 3. Also einer, der bei den Profis mittrainiert, dort Erfahrungen sammelt, vielleicht auch spielen kann, wenn die Nummer 1 ausfällt, aber eben auch dann seine hauptsächliche Spielpraxis erstmal zum Beispiel bei der U23 bekommt. Das wäre zumindest für mich der Plan, den ich hätte mit Luca Portlich und somit wäre es für mich nicht optimal, jetzt keinen weiteren Torwart hinzuzuholen und mit diesen drei Leuten planen, die wir haben. Das heißt, Hoffmann, Langer und Portlich, ich würde tatsächlich hier nochmal etwas verändern. Und da macht es für mich eben dann Sinn, einen Torwart zu holen, der zwar Druck machen kann auf Hoffmann, der auch durchaus da ist, wenn er gebraucht wird und damit auch Hoffmann natürlich zu nochmal besseren Leistungen pushen kann, aber eben auch Platz machen kann, wenn Luca Portlich dann zum Beispiel spielen könnte. Also als Beispiel, für mich bräuchte es eben einen wie Michael Langer, der immer auf der Bank sitzt, aber wenn zum Beispiel ein Hoffmann mal gesperrt ist oder ausfallen sollte, trotzdem vielleicht gar nicht mal so zwingend spielen wird, weil dann eher Luca Portlich die Chance bekommt. Und da würde es dann eben für mich Sinn machen, eben auch einen erfahrenen Keeper an Bord zu holen, ähnlich wie Langer, nur eben ein paar Jahre jünger, der dir nochmal mehr die Garantie gibt, auch jetzt eine richtig gute Nummer 2 zu sein für die nächsten Jahre und eben auch günstig. Das ist ein wichtiger Faktor und dort sind mir auf jeden Fall dann Florian Stritzel und Karl Klaus ins Gedächtnis gekommen. Florian Stritzel spielt aktuell bei WN Wiesbaden, Karl Klaus beim 1. FC Nürnberg und sind auf jeden Fall dann Keeper, die mal grundsätzlich ins Profil passen. Das sind jetzt keine, die ich irgendwie bei Schalke als Nummer 1 sehen würde, aber es sind, glaube ich zumindest mal, richtig gute Keeper, wenn du eben dann eine starke Nummer 2 suchst. Vor allem Karl Klaus finde ich dann für das beschriebene Profil sehr interessant, der eben auch im 1. FC Nürnberg die Rolle als Nummer 2 voll angenommen hat, aber sich eben auch im vergangenen Halbjahr als Nummer 1 beweisen durfte. Da hat Karl Klaus eben dann gespielt, Christian Martenia saß beim Klub nur auf der Bank und Klaus ist vor allem auch ein spielstarker Keeper, also ein ähnliches Profil sozusagen wie Torben Hoffmann, der ablösefrei zu haben ist. Also sein Vertrag in Nürnberg läuft aus, es gibt keine Vertragsverlängerung und das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr günstige, solide Option, die ich auf jeden Fall ohne großes Risiko mitnehmen würde. Bei Florian Stritzel wäre es nochmal ein Ticken was anderes, denn er ist bei Wiesbaden seit Jahren der Keeper da hinten drin, der auch ein Führungsspieler ist in der Mannschaft und auch Anfang des Jahres seinen Vertrag verlängert hat. Da sah es allerdings auch noch sehr, sehr gut aus, dass Wiesbaden in der zweiten Bundesliga bleibt. Wir wissen alle, wen Wiesbaden ist abgestiegen, Stritzel hat wohl noch einen Vertrag, aber könnte natürlich trotzdem durchaus gehen, wenn er denn Lust hat und eine neue Aufgabe auf ihn wartet. Bei Schalke ist eben dann die große Frage, ob er diese Rolle so annehmen würde, wie ich es mir dann eben vorstelle. Hier geht es eben um meine persönliche Meinung, die ich euch gerne mitteilen würde bei diesem Thema und da ist eben dann so ein bisschen die Frage, würde Stritzel diese Aufgabe so annehmen? Ich glaube schon, dass er das machen würde, wenn man ihm auch dann einen Weg aufzeigt, wo Schalke hin will und welche Rolle er auch dort in den nächsten Jahren, selbst wenn es eben nur die Nummer 2 ist, spielen kann und er könnte ihm weiterhin in der zweiten Bundesliga aktiv sein, sicherlich auch ein bisschen mehr verdienen und wäre dann für mich auf jeden Fall auch einer, der ins Profil passt. Torwart Typ ist auf jeden Fall nochmal etwas anderer, er ist eben nicht wirklich gut am Ball, dafür ein Biest in der Strafraumbeherrschung, auf der Linie unglaublich stark, auch einfacher Mentalitätsspieler, der vielleicht dem Mann schon auch ganz gut tun würde und deswegen würde auch er für mich durchaus ins Profil passen. Generell ist für mich nämlich auch klar geworden, beim Blick auf den Torwartmarkt, der ist dann doch schon relativ abgegrast, was eben dann so ein paar passende Lösungen anbelangt. Klar, natürlich kannst du auch jetzt einen 23-jährigen Keeper holen aus Liga 3, der vielleicht ablösefrei zu haben ist, würde für mich aber keinen Sinn machen, weil ich schon Portlach aufbauen würde, irgendwann mal zur Nummer 1, wenn zum Beispiel Hoffmann vielleicht mal in 3, 4 Jahren weiterziehen sollte, plus auf der anderen Seite macht es Sinn, keinen Sinn, dann noch einen jungen Keeper mit reinzunehmen. Da macht es dann doch eher mehr Sinn, auf erfahrene und günstige Lösungen zu schauen und da können auf jeden Fall Stritzel, aber vor allem auch Klaus, sicherlich ganz gut reinpassen. Trotzdem ist und bleibt natürlich die große Frage, was denn nun Ben Manga macht und was ist eben jetzt auch realistisch. Und ich gehe davon aus, dass der Torwartplan trotz Michi Langer noch nicht abgeschlossen ist. Denn die Wats hat es ja relativ klar formuliert, rund um diese Geschichte um Justin Hegeren, dass man eben eine neue Nummer 2 noch sucht, es soll ein neuer Torwart noch hinzukommen, neben Torben Hoffmann, und das ist eben nicht Hegeren, da ist ein Verkauf und auch eine weitere Laie durchaus Thema. Klar, jetzt hat Michael Langer verlängert, was durchaus überraschend gekommen ist, aber ich glaube nicht, dass man jetzt mit dem Torwart Trio, Langer, Portlich und eben Hoffmann plant. Wäre für mich ein Ticken zu wenig. Wir haben andere Baustellen, die wichtiger sind, aber auch diese Baustelle kann man auf jeden Fall nochmal mitnehmen und deswegen gehe ich davon aus, dass eine neue Nummer 2 gesucht wird. Und hier macht für mich einfach dann die günstige Lösung, wie zum Beispiel Karl Klaus durchaus Sinn, bringt wenig Risiko mit, was dort schief gehen kann, was die Erwartungshaltung anbelangt. und deswegen glaube ich schon, dass man hier auch nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. Mich interessiert aber natürlich jetzt nochmal eure Meinung zu dem Thema, weil ich es echt spannend finde, darüber zu diskutieren. Also was findet ihr gut? Das Torwart Trio einfach jetzt so zu lassen, wie es ist und dann entweder Langer oder Portlich zu Nummer 2 zu machen? Würdet ihr vielleicht dann doch mit Hegeren auf der Position planen oder auch wie ich, Exel nochmal nachlegen mit einem erfahrenen Keeper oder mit einem ganz anderen Torwarttyp? Also schreibt dazu mal sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, auch gerne weitere Ideen, die ihr dort reinschreiben könnt und dann sehen wir uns hier auch im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!